Guten Tag! Moin! Willkommen zurück zu Life Play Balanced 2 mit mir, der eine und dem hier, dem anderen dem anderen, genau Ja, ähm einmal mit dem Survivor, dem Black Backfisch, ne? Also Black Backfisch und dem hortenden Kampfhund Dogspeck, ne Wulffspeck, Dogbeck, ach Ist doch auch egal Auf jeden Fall, wir sind wieder da Gott hört sich da scheiße an Kann man Auto fahren, kann man Auto fahren Dogbeck, oh Gott Dogbeck, das ist Dok, Doktor Wolfspeck, ich habe ein Anliegen Anliegen Lüffe! Was geht? Was kaputt? Äh, da Alter Alter Level 19, bist bekloppt Da Das war überraschend Oh Ja, ich muss gerade aufnehmen, du Arsch Hahaha Uh Aber willst du mich hier verarschen, du? Kleiner Pimpelkopf Mann kaputt Da Wir räumen hier auf Huch Ja, alles gut Alles gut So, wo ist das Reparaturbot? Geling's hier, das Vieh? Guck mal, ich höre dir da Bäh Was ist denn, Freunde? Drecksvieh Echt? Hast du das gehört? Er will nicht in Stücke reißen Ähm Jo, den hab ich gar nicht gesehen Wunderbar Ich mach so viel Spaß zu sterben Hahaha So, los Ja Joa Ich helfe dir mal hoch Ich muss mal kurz warten, bis meine Energie ein bisschen wieder aufgeladen ist Ja Wuh Ähm Hä, wo kommt der her? Ist der gerade hier vorne gespawnt? Ja Alter Ne Hä? Du kannst ja gar nichts abziehen Sind doch Badass Dinger Ja, selbst wenn ich auch ein Badass bin, das interessiert auch gar nicht Ich habe das dumpfe Gefühl, wir sollten noch gar nicht hier sein Ups Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, wir sollten noch gar nicht in dem Bereich sein So Na Dafür sterben wir viel zu oft Ich hab einfach keine Granaten mehr Ich hab einfach keine Granaten mehr Ich hab eine Granate wieder Ich hab eine Granate wieder Aha, cool Ja, wenigstens soweit haben wir hier vorne erstmal aufgeräumt Jaaa Kannst du wirklich einfach durch mogeln? Nein Das wäre keine gute Idee Alter Das war aber nicht so knapp jetzt Was? Geh nimm dein Schild Also ich war tot eigentlich, aber Ja 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 Oh ne ja Schlecht Alter Was? Äh Achso, ich kann mich jetzt nicht bewegen, weil du mich wiederbelebst Alles klar Ey, das geht wirklich nur mit dem Raketenwerfer Alter Finne Also ist da Raketenwerfer doch für was Ja Für die Viecher ja Warte mal, hier vorne war da noch eine Rakete Alter Das hat kaum noch nicht für dich dran, ne? Ah, sehr gut Ah, das hat kaum noch nie Mein Gott Mein Gott Ich wär volles dick, ja? Ja ja Alles gut Oh nein, ich wollte den hier Hör ausseher einmal für dich hier Munition aufgesammelt Ah, ist gut Hallo Wir müssen auf das hin Sag mal nicht, wir müssen da runter Sag mal nicht, wir müssen da runter Ah Hallo Wir müssen auf das hin Vielleicht über das Tor? Nee Ähm Oh Gott Niemals da Na, 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 nein Ich guck mal Wahrscheinlich müssen wir hier außenrum, würde ich sagen Das kann ich mir eher vorstellen Oooo Hä? Was denn Nix Ich hab was für mich gefunden Für mich 142 60 Schaden mehr macht die nächste Sniper Boah, krass Die hat 142 Ja, warte mal, die hat doch hier, äh, Effektschaden, oder? Ja, hier verursacht Extra-Explosiv-Schaden Die andere, die hat hier 142 Da ist aber alles wirklich besser Okay, dann nimm die am besten Würde ich nämlich auch sagen Dann wechsle ich die mal eben fix aus Ich habe auch meine andere Snapper gewechselt So genau, Feuer so schnell ab, wie du abdrücken kannst Alles klar Warte mal, die hat hier Auch noch extra Explosivschaden, die hat 144 Schaden Nimm ich doch die Ist hier sogar noch besser Ach ja So Wenn jetzt natürlich das ganze Gebiet sich durchkämmen Das geht gar nicht Ich glaube wir müssen rechts irgendwo entlang Ja aber schon Wir müssen glaube ich erstmal hier Meinst du nicht hier oben irgendwo jetzt natürlich Also das ist jetzt meine Meinung Meinst du? Könnte aber sein, dass ich mich jetzt auch täusche Also ich kann es dir jetzt nicht genau sagen Oh lass dich doch treffen, du Arsch Komm mal Piscop, du Schlag den Schädel ein Ich habe keine Ahnung Also Ich glaube wir müssen aber ganz rechts auf und lang Hier ist eine Granate und ähm Sniper Munition Ja Schau mal, da Oh Mann Was haben wir hier drin Oh Ach da ist der, okay Stärke Artefakt Elementar Artefakt SMG Schaden Ich weiß was weiter geht Okay Wolltest du bei den Dingern da auch nochmal eben durchbrücken? Äh Können wir gleich machen, ja Ja, deswegen Halt geht Ähm Wolltest du noch mal was hier? Ja WTF Jo Ein Bullloader Nee, du diesmal nicht Ist da brand Halt Was? Heftig, heftig Hast du gut. Was? 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 Ja, machen wir gleich. Guck erstmal hier in das Ding hier rein. Hier vorne. Ich komme um die Ecke. Ja, verbessert Nahkampfschaden wäre vielleicht was für mich, aber ich schlag hier eigentlich sehr selten drauf. Nö. Hat hier das mit der SMG Schaden, weil ich ja hier ne... Ne, mit der SMG. Nicht was anderes. Müsste doch ne SMG sein, die ich hier habe, oder? Die Sputtering Splitter. Ja, warte, ich schmeiß hier die mal eben raus. Ja. Hier, guck mal, das müsste doch ne SMG sein, oder? Habe ich das falsch? Äh, das müsste ne Weifel sein. Scheiße. Das ist ne Weifel. Verdammt. Na gut, dann, äh, brauche ich das ja eigentlich gar nicht so weit mitnehmen. Was ist denn mit zum Verkaufen? Richtig. Hä? Noch einer? Hä, ist da noch einer? Da war einer. Das ist doch Verarschung jetzt hier. Ja, ich hab's dann einfach Muni wieder voll. Und erst mal Level Up. Erstmal Muni hier aufsammeln. Alter, wie viel Muni wir hier verbrauchen, das ist unglaublich. Ja. So, mal hier, 65 mal 6. Oh, kann man verkaufen. Ja, ja, hier müssen wir entlang. Ah, die Kisten find ich cool. Ja, find's ja auch. Oh, geil. Weißt du was? Oh, drei Schuss habe ich jetzt hier noch. Ah, sehr gut. Oh, der Idiot. Oh, ho, 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 ho. Oh, oh, oh. Oh. Ne, das meine ich sogar noch besser. Dann gönne ich mir. Ja, nimm. Oh, ein Schild, oh, oh. 520er Schaden. Äh, Kapazität. 83 Ladegeschwindigkeit. Chancefeindliche Kunden. Oh, das ist cool. Kunden zu absorbieren, ich glaub's ja nicht. Bin durch. Der ist natürlich gut mit Absorbierung und so. Warte mal. Äh, das Schild einmal. Bitte weg. Hä? Du sollst das andere Schild hier reinpacken, du Saftarsch. Der hätte mir jetzt gerade irgendwie schon wieder automatisch ein anderes Schild bei mir gerade reingepackt. Okay. So, feindliche Kugeln zu absorbieren. Absorbierende Munition wird zu deinem Rucksack hinzugefügt. Ey, das ist so cool, ey. Find ich gut. Oh, ich hab ja Level ab. Sehe ich gerade. Mh. So. Ähm, müssen wir hier jetzt runter oder halt den Weg da weiter? Äh, da von da kommen wir, glaub ich. Also von dem Weg hier. Aber bei mir ist die Karte da noch schwarz. Das ist nur ein kleiner Nebenweg deswegen. Aber wir können gerne da entlang gehen. Ja, warte, ich mach den Weg hier nur eben frei. Volksbank mit Reif Eisenbanken. Oh Gott, hätt' ich das mal nicht gemacht. Ja, ich mach's mal jetzt. Ein Hot Loda. Schnauze zu mir. Oh Gott, ich hab' gebrannt. Yeah. Ich sterbe gerne. Hast schon gesehen, ne? Ja. Sorry, ist eben ein Hobby von mir. Ja, ja, merke ich schon. Und dann müssen wir hier hoch. Ich hab' keine Ahnung. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie... Ach, wir müssen wieder runter, bestimmt. Ja, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir irgendwie jetzt so einen großen Dings hier runterspringen müssen, oder? Nö, nö, aber kannst du da runterspringen ohne Sorgen. Okay. Lass mal ja alles fix aufmachen. Na los! Aufsammeln, ja. Ähm, also hier jetzt runterspringen. Na, kleine Schritte, ja, jetzt machen ruhig. Ich bin nicht gestorben, ich bin auf jeden Fall nicht gestorben. Okay. Oh, bei Messi, ähm... Health, Energie jetzt über 1000. Ui. Bei mir ist 926 erst. Ach so mal hier. Auch ein Scheißhaus. Äh. Ja. Äh, ich krieg' Besuch. Okay. Genau, genau. Die Nummer sterben, dankeschön, wunderbar. Satze Viecher. Ich weiß es nicht. Ach, die kleinen Viecher. Alter, mein Schild ist komplett weg. Super. Super. Ah, sehr gut. Braurig. Äh... 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 ja jetzt angefangen diesmal nicht mehr Prozent was er ist wenn es will werden nur in den Prozent ich glaube das nicht wir hatten jetzt vier Folgen aufgenommen dreißig war das heißt was auch nur den Städter dann also ich einfach mal Leute bis gleich Bis gleich zu dem Morgen, ciao